Wir wollen mit dieser Aktion darauf aufmerksam machen, dass Unterrichtsausfall ein großes Problem in Bremen und Bremerhaven ist. Unsere Aktion richtet sich an jeden, der von Unterrichtsausfall Kenntnis erhält, aber auch an jeden, der von schlechten baulichen Zuständen oder alten Computern in den Schulen in Bremen und Bremerhaven genervt ist. Uns können Eltern, Lehrer, aber natürlich auch die Schüler selber über unsere Homepage www.dafehltwas.de entsprechende Meldungen geben und wir laden herzlich jeden dazu ein, sich an dieser Aktion zu beteiligen, was auch anonym möglich ist.